Für mich ist die Hauptsache in der Musik, dass ein Mensch zum Menschen spricht und dass er vernünftig spricht und dass er verstanden wird. Also ob das unbedingt neu ist, das spielt sogar keine Rolle. Es soll echt sein und gut sein, das ist viel besser, finde ich. Das ist viel besser, finde ich. Das ist viel besser. 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 Vielen Dank.